Ich hätte nie gedacht, dass wir sie im Korallenhochland finden. Es sind schon mehrere Wunder nötig, damit eine Unterart zum Vorschein kommt. Das behaupten zumindest die Gelehrten. Wie auch immer, sie ist in guter Verfassung. Er stammt wohl aus einem nährstoffreichen Gebiet. Ich hatte eine Ahnung, wo das war. Admiral! Und da ist er wieder. Es war eine Freude, ihre Taten mit anzusehen. Gute Arbeit, muss ich sagen. Gut gemacht. Hätten Sie nicht helfen können, statt nur zuzusehen? Wozu denn? Sie hatten doch alles unter Kontrolle. Hier, haben ein paar Souvenirs mitgebracht. Wow! Interessant. Wo kommen die denn her? Da, wo sie den Zora abgelenkt haben? Nun, weiter im Inneren. Da gibt es eine Stelle, wo man die Dinger massenweise findet. Die sind unglaublich. Als ob da eine Energie in ihnen pulsiert. Das dachte ich auch. Ich wette, die haben irgendwie mit unserem Forschungsprojekt zu tun. Nun, ich werde es herausfinden. Hände oder Pfoten hoch, wer dabei ist. Einer von euch ja Gehirnen bereit für eine Herausforderung? Diese beiden. Warte, was? Also gut, ihr zwei. Wir sehen uns vor Ort. Ich werde am Tunnel sein. Lässt mich nicht warten. Ich hasse es zu warten. Viel Spaß. Sterb da draußen nicht. Was ist McColl something. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Nicht in dençekten Sch citzen, wie wenn wir ein Herz messen, Aber wir sehen uns nicht weiter. « Ich habe einen neuen Datenschni,